Sie sind hier, 7. Oktober 2018, 10.53 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten Suzuka, Lukas Podolski ist zu Gast beim Japan GP. Der Fußballer dreht sogar selbst eine Runde. Sebastian Vettel-Patz. Sport1 zeigt die Bilder rund um das Rennen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr 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 Mehr